Tom's Talk Time, Folge 705 Geduld ist nicht die Fähigkeit zu warten, sondern die Fähigkeit, eine positive Einstellung zu behalten, während man wartet. Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation. Ich begrüße dich hier aus dem Good Old Germany. Und zwar ist das jetzt schon fast so ein bisschen melancholisch, weil das ist jetzt erstmal die letzte Episode, die ich aus Deutschland senden werde. Also keine Angst, es geht natürlich weiter. Aber wir haben jetzt hier langsam die Schnauze voll vom Wetter. Das wird uns alles zu kalt, zu nass. Und es war eine wunderschöne Zeit, die wir hier in Deutschland hatten. Und jetzt geht es dann aber in ungefähr drei Wochen, ja ziemlich genau, zweieinhalb, drei Wochen sowas, geht es erstmal ab in die Karibik. Und dann werden wir von dort natürlich weiter senden. Bevor wir richtig einsteigen, muss ich erstmal ein ganz fettes Dankeschön loswerden. Und zwar das Feedback auf die letzte Episode, auf die 700. Und zwar ganz speziell auf diesen Punkt mit dem Vater-Söhne-Tag, was wir mit meinem Papa eingeführt haben. Also sprich, mein Bruder und ich. Dass wir einmal die Woche einfach nur was als, ja, Herrentag, Vater-Söhne-Tag, wie auch immer man das nennen mag. Dass wir das durchführen, wo wir einfach die Jungs in Anführungsstrichen der Familie zusammen was unternehmen. Und das war der tolle Wahnsinn. Wir waren übrigens beim, letzte Woche waren wir mit meinem Papa beim Indoor-Skydiving. Ja, also da haben wir auch ein paar Bilder auf Facebook und Video auf Facebook draufgepackt. Das war wirklich richtig cool. Das heißt, mein Alter her ist im Alter von 83 Jahren das erste Mal in einem Indoor-Skydive-Tunnel geflogen. Und hat das wirklich richtig gut rausgehabt. Wirklich schon nach wenigen Sekunden konnte ich schon selber stabil fliegen. Und ich war mega, war oder bin immer noch mega stolz auf mein Papier. Also das war eine richtig coole Sache. Und wie gesagt, nochmal danke für euer Feedback dazu. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen damit sogar auch motivieren, sowas in der Art selber mal durchzuführen. Also uns gefällt es riesig. Es macht einen riesen Spaß. In der heutigen Episode geht es wieder um das Thema Millionär werden in einem Jahr. Und auch noch ein kurzes Update zu den Interviews. Denn, na, Interviews machen wir nachher. Kommen wir erst zum Thema Millionär werden in einem Jahr. Und zwar, du erinnerst dich vielleicht noch an die Episode 670. Oder auch nicht. Wenn du dich nicht daran erinnerst, dann hör vielleicht einfach nochmal rein. Und zwar habe ich die ausgestrahlt am 27. Januar diesen Jahres, also 2021. Und zwar hatte die den Titel Der Milliardär als mein Mentor und der grobe Fahrplan. In dieser Episode habe ich jetzt erstmal vorgestellt, wer mein Mentor für dieses Projekt sein wird. Und das Solo, in Anführungsstrichen, was wir damals gemacht haben, war kein Solo, sondern ich hatte ihn ja in das Solo, in Anführungsstrichen, eingeladen, wo wir einfach mal so ein bisschen erzählt haben, was wir machen. Und wenn du es gehört hast, erinnerst du dich vielleicht noch dran. Zumindest haben da auch einige Hörer wirklich drauf reagiert. Wo Chris damals gesagt hatte, wo ich ihn so nach dem Fahrplan gefragt habe, hey, wie geht es denn jetzt weiter und so, meinte er, Tom, das Beste, was du jetzt machen könntest, ist erstmal dich in Geduld üben. Chill erstmal, wir legen uns jetzt ein halbes Jahr hier in Dubai an den Strand und dann gucken wir, dass wir so im September, Oktober mal langsam vom Strand wieder reingehen, uns mal an den Tisch setzen, ins Büro setzen und dann kurz das Konzept machen. Und dann innerhalb von ein, zwei Monaten sollte die Million in dem neuen Projekt drin sein. Und da hatte ich ja damals schon so große Augen gemacht und geschluckt und gedacht habe, okay, große Worte. Und jetzt ist es ja so, wir sind ja im Juni nach Deutschland gekommen und wo wir geflogen sind, hat der Chris auch nochmal gesagt, hey, jetzt fahr erstmal nach Deutschland, entspann dich. Weil ich habe natürlich auch gefragt, hey, kann ich schon in Deutschland jetzt irgendwas machen? Weil nur weil ich nicht in Dubai bin, heißt ja nicht, dass ich dann die Füße auf den Tisch lege und sonst gar nichts mache. Und dann meinte er, hey, jetzt fahr erstmal nach Deutschland, entspann dich und im September, Oktober reden wir uns einfach wieder und dann schauen wir mal, was abgeht. Ich habe gesagt, getan, ich habe ihm genau gestern oder vorgestern, vorgestern glaube ich, ein WhatsApp geschickt und gesagt, hey, Chris, September ist jetzt fast rum, wie schaut es aus, wie machen wir jetzt hier weiter? Da warte ich jetzt noch auf Antwort, also ich bin super gespannt, wie wir jetzt dann hier weitermachen. Und in der Zwischenzeit, und das ist wieder das Coole, wo auch jetzt das Thema Geduld mit dazu kommt, es ist ja seitens des Mentorings nicht wirklich viel gelaufen jetzt in dem ganzen Jahr. Aber es ist halt irgendwo dieses Vertrauen auf der einen Seite, wenn man weiß, okay, da ist jemand, der nimmt einen an die Hand und sagt, hey, entspann dich, ich habe alles unter Kontrolle. Und dass man da wirklich ein Vertrauen hat, dass man sich auch mal, ja, ich sage mal, fallen lässt in so einer Situation, auch wenn, und diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass Geduld nicht unbedingt meine Stärke ist. Ja, das gebe ich ganz offen zu, sondern wenn ich Dinge umsetzen will, dann will ich die am besten gestern umgesetzt haben und nicht erst morgen oder heute oder so, sondern das muss dann, wie gesagt, am besten gestern schon passiert sein. Und von daher ist das für mich natürlich eine wahnsinnige Herausforderung auch gewesen, die ich aber, glaube ich, auch ganz gut gemeistert habe. Jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, genau. Und zwar das Coole ist natürlich an einem automatisierten Business, so wie ich da schon aufgesetzt habe, dass jetzt normalerweise, wenn so, ich sage mal jetzt über ein halbes Jahr irgendwo nichts passiert, hätte man ja eigentlich kein Einkommen. Das Coole bei mir ist halt, dass ja dieses automatisierte Business, das ganze Podcasting und diese ganze, ich sage jetzt mal Bubble, die so drumherum aufgebaut ist, die läuft ja weiter. Und das ist halt auch wieder das Schöne, wenn du selber entweder keine neuen Sachen gerade aufbauen kannst, weil du dich in Geduld übst oder weil du vielleicht krank geworden bist oder irgendeinen anderen Schicksalsschlag bekommen hast oder was weiß ich, irgendwas anderes den Bach runtergegangen ist. Das ist ja so, dass du dich nicht um dein eigenes Business kümmern könntest, würde jedes normale Business ja auch den Bach runtergehen. Bei einem automatisierten Online-Business ist das halt eben nicht der Fall. Das heißt, das hat einen wirklich minimalsten Wartungsaufwand und das Geld kommt trotzdem Monat für Monat rein. Und das ist natürlich auch eine richtig coole Sache an einem Online-Business. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich total, wenn es dann jetzt hoffentlich in den nächsten vier Wochen dann weitergeht, Schrägstrich losgeht. Und ich bin dann auch schon super gespannt, was wir dann letztendlich umsetzen werden. Der Zeitpunkt, also der Zeitdruck ist natürlich schon da. Also den muss ich sagen, also alles andere wäre gelogen. Also den spüre ich auch auf meinen Schultern, weil ich ja dieses Ziel habe, 31.12. Stichtag. Habe ich es geschafft, in diesem Jahr mit einer neuen Sache von 0 auf 1 Million reingewinn zu kommen, innerhalb von 12 Monaten, beziehungsweise jetzt eigentlich nur noch innerhalb von rund drei Monaten. Wie gesagt, das erhöht natürlich ein bisschen den Druck. Aber wie gesagt, ich bin da voll im Vertrauen und bin ganz guter Dinge. Zum Interview, was ich am Anfang angesprochen habe. Ich hatte vor wenigen Tagen den Frank Otto im Interview. Und das war auch eine richtig coole Sache. Also der Frank Otto vom Otto-Versand, der Erbe- und Medienunternehmer, der damals den Musiksender Viva mitgegründet hat und etliche Radio- und Fernsehformate. Also auch ein recht bekannter Typ und auch ein sehr cooler Typ. Den hatte ich im Interview und er hat ja auch letztens sein Buch rausgebracht, was ich hier an dieser Stelle auch gerne kurz promoten möchte. Und zwar Sinn und Eigensinn. Ein Leben zwischen Verantwortung und Rebellion. Und jeder, der sich mit Frank noch so ein bisschen beschäftigt hat, er ist ja halt eben nicht so dieser typische Unternehmer, sondern er ist halt schon so eher der Freigeist, der Künstler, der Rebell. Und das hat er in seinem Buch ganz gut rübergebracht. Und da das Interview erst Anfang nächsten Jahres kommt, du siehst, wir sind fleißig so mit der Vorproduktion, habe ich ihm versprochen, hey, ich pushe das kurz in meinem nächsten Solo kurz an und informiere meinen Hörer, dass es dein Buch auch jetzt schon gibt. Weil klar, du weißt ja auch, wie es ist, wenn ein Buch neu rauskommt, dann möchte man natürlich auch ein bisschen Reichweite mit haben. Von daher hier an der Stelle, wenn dich das Thema Unternehmertum interessiert und du einfach mal sehen willst, wie wirklich so ein Gigant wie Frank Otto, wirklich so ein Riesenunternehmer, über das Thema Business denkt, über Leben denkt und wie er sein Leben aufgebaut hat und wie er diese ganzen Erfolge geschafft hat, trotz vieler Widerstände, dann kann ich dir nur sein Buch wärmstens ans Herz legen und das verlinken wir natürlich auch hier in den Shownotes. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com slash audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com slash audiobooks. Das soll es für diese Episode gewesen sein. Wie gesagt, ich werde jetzt langsam Köfferchen packen und melde mich dann mit meiner nächsten Solo aus der Karibik und werde dann sicherlich auch ein schönes Titelbild zur nächsten Episode reinstellen. Also freue dich auf die 710. Das wird dann die nächste Solo sein und da kann ich dann hoffentlich schon ein Update geben, wie das jetzt ausschaut, was die Reaktionen vom Chris sind, wie wir jetzt weitermachen, vielleicht zumindest schon ein paar Stichpunkte oder vielleicht haben wir auch sogar schon mehr auf die Beine gestellt. Lass dich überraschen und freue dich bis dahin auf vier weitere sehr coole Interviews. Bis dahin, liebe Grüße, nochmal aus Good Old Germany. Bis dann, dein Tom. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann hilf mir, diese Goldstückchen zu verbreiten und leite ihm den Link zur Episode jetzt doch einfach weiter. Und zu guter Letzt, denke immer daran, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.